Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und es ist wieder Zeit für ein weiteres abendliches Offizier-Video. Aber bevor ich über Dr. Theana rede, der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonnier den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber schauen wir uns Dr. Theana mal an. Die kennst du von Lower Decks, wenn du Lower Decks gesehen hast und ihre Manieren am Krankenbett sind ungefähr genauso wie von Dr. der Voyager. Sie ist ein epischer Offizier. Sie gehört zur Klasse Wissenschaft und Forschung, das heißt, du brauchst dann die entsprechenden Badges später, also die Abzeichen, um sie abzugraden. Dann gehört sie zur Gruppe Unterdeck, also der ganzen Lower Deck Truppe und sie kann Synergien geben an einen Lower Deck Offizier, der als Captain eingesetzt werden kann. Und zur Fraktion gehört sie zur Föderation, das heißt, man braucht Föderationscredits, um sie weiter abzugraden. Wie bei jedem anderen Offizier gibt es dann hier auch einen kleinen Erklärungstext zu Dr. Theana, wenn du ein bisschen mehr Info haben willst, falls du zum Beispiel Lower Decks nicht gesehen hast, kannst du hier gerne reinschauen. Das lasse ich immer aus bis auf den Hinweis, weil das sonst das Video sprengt, aber die Informationen sind da. Ich habe schon gesagt, sie kann Synergie geben, aber sie kann selbst kein, also nicht sinnvoll Captain sein, weil sie keine Kapitänsfähigkeit hat. Dafür hat sie aber eine Offiziersfähigkeit und eine Unterdeckfähigkeit. Die Offizierfähigkeit ist Sorge für Chaos. Das bedeutet, am Rundenstart der Dr. Theana eine Chance von 40 Prozent, dem Schiff des gegnerischen Spielers drei Runden lang einen beliebigen Status zuzuweisen. Und in dem Fall ist das Moral, Brennen oder Hüllenbruch. Das heißt, das ist dann nicht gezielt, was man ja bei einer bestimmten Schiffsklasse, möchte man das ja eigentlich gezielt haben, aber das kann hier reiner Zufall sein. Deswegen setze ich sie dafür eben auch nicht ein, weil ich benutze die Offiziere, wo ich genau weiß, der verursacht Brennen, der verursacht Moral oder der verursacht Hüllenbruch auf den Schiffen, wo ich es brauche. Kann aber trotzdem sehr hilfreich sein, wenn man keinen mehr hat, der mit Freeman fliegt, weil Freeman braucht ja einen beliebigen Status, um ihre Fähigkeit zu aktivieren. Dann ist Dr. Theana da sicherlich eine Möglichkeit. Die Unterdeckfähigkeit ist das, was ich öfter benutze. Das ist nämlich die Nachttischmanier. Beim Rundenstart gegen Spieler erhört Dr. Theana deine isolytische Verteidigung eine Runde lang um 50%. Eine Runde ist dann nicht schlimm, weil sie macht es ja beim Rundenstart, also jede Runde. Und das ist eine Geschichte, die ich im PvP dann schon benutze. Denn isolytische Verteidigung ist nicht schlecht, weil viele ja immer mehr an ihrem isolytischen Angriff gearbeitet haben. Und es passiert beim Rundenstart. Viele Fähigkeiten kommen erst nach einer Runde oder am Ende der Runde. Und dass diese Verteidigung schon am Rundenstart da ist, ist wirklich eine gute Sache. Deswegen habe ich Dr. Theana bei Gebietsverteidigung, bei unendlichen Einfällen, also den Incursions dabei, weil das schon eine hilfreiche Geschichte ist zur Verteidigung deines Schiffes. Als epischer Offizier hat sie natürlich auch drei verschiedene Fähigkeiten für Außenteammissionen. Freischalten kannst du Doktor, scharfsinnig und flauschig, natürlich nacheinander, so funktioniert das ja. Aber wie du siehst, habe ich davon nichts freigeschaltet, weil ich sie tatsächlich immer bei allen Gebietsverteidigungen und bei den Incursions dabei habe, unter Deck für den Kampf gegen andere Spieler. Und deswegen werde ich sie garantiert nicht auf Außenteammissionen schicken im Moment und deswegen auch nichts freigeschaltet. Der Erzählbogen mit Lower Decks ist jetzt ein bisschen her und daher werden einige tatsächlich fragen, wo bekomme ich Dr. Theana denn her? Und das war selbst mit dem Erzählbogen Problem für mich, weil selbst mit allen Events und so weiter hatte ich sie nicht. Ich musste tatsächlich auch auf Events warten, wo sie wieder auftauchte und auf Kampfpässe warten, wo sie zwischendurch auftauchte. Und das ist im Moment auch der einzige Weg, wo du sie herbekommen kannst. Also über Events, wo sie dann mal als Preis auftaucht oder eben, wenn sie im Kampfpass mal wieder als Preis auftaucht. Das sind im Moment die einzigen Möglichkeiten, außer natürlich, wenn sie mal wieder im Scoply Shop zum Kaufen ist, wie du an Dr. Theana rankommen kannst, nachdem der Erzählbogen vorbei ist. Das ist ja immer so, wenn so ein Erzählbogen war, dauert das eine ganze Weile, bis dann die Offiziere bei irgendeinem normalen Teil des Spiels auftauchen, wie wir jetzt die guten PvP-Crews haben. Also die speziellen für Abfangjäger, für Forschungsschiffe und für Kampfschiffe, die sind jetzt mittlerweile im Ex-Borg-Faktionsshop mit drin. Aber es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis die mal irgendwo aufgetaucht sind. Und so wird sicherlich die restliche Truppe der Lower Decks Crew, die jetzt nicht in den normalen Support-Rekrutierungen mit drin ist in der Raffinerie. Die werden sicherlich irgendwann mal irgendwo aufkreuzen, weil ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob Freeman zum Beispiel bei, nee es war Sektion 31, was ich vorhin meinte, bei Sektion 31 mit drin war. Freeman ist drin, aber Dr. Theana nicht, weil Freeman ist ja der wichtige Offizier, genauso wie Weyoun, Ducat und Einsatzteam Laan, das sind die, die Captains dieser speziellen PvP-Crews und das ist eben auch Carol Freeman. Bei den anderen sind jetzt noch Zusatsoffiziere dabei, die mit auf die Brücke gehören, aber bei Freeman hier jetzt eben nicht, zumindest nicht, soweit ich es sehen kann. Und ich bin auch noch ein ganzes Ende vom Meisterspiel und entfernt, aber ich habe wenigstens Freeman während des Battle Passes damals bekommen, also des Kampfpasses. Aber Dr. Theana, da musst du halt Glück haben, sie zu bekommen über Events. Wenn dir noch was anderes einfällt, schreib es bitte in die Kommentare oder natürlich auch, was du von Dr. Theana hältst. Und wenn du allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du nur Hallo sagen willst und aus welcher Stadt du kommst, du weißt, ich bin immer sehr erfreut, wenn ich weiß, wo meine aktiven Zuschauer so herkommen. Das kann man sich dann einfach so besser vorstellen, als diese einfache Statistik aus dem Land kommen, so viel aus dem Land kommen, so viel und so, die ich dann bei YouTube immer sehe. Das ist einfach auch für mich als Content Creator einfach netter. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen möchtest, das nächste ist direkt hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.